ok hier soll es ein auto geben ach wirklich mehrere oder sind das autos die man guten kann ich weiß es nicht fahrzeug gucken wir mal wo es ein fahrzeug gibt hier in der nähe v3s chassis stimmt und zwar wenn ich es richtig sehe hier ja da das auto aber nicht mehr da ist weißt du das weil ich es nicht sehe aber es ist zwischen diesen zwei gebäuden glaube ich also also zwischen diesen zwei dinge falls das zwei sind du sollst nicht springen aber 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 es ist das sieht so creepy aus ich habe eben schon die ganze zeit gedacht dass hier wäre eine person hier steht nichts oder also ich finde ihn bei mir läuft immer schön gegen die wand nein ich mach so gut ich bin da sehr gut durchgegangen ich sollte vielleicht meine waffe ziehen ok jetzt schon wieder nicht da auf dem also in novi so bohrer das ist ein bisschen weiter links ein bisschen weiter unten soll es drei autos geben oder zumindest drei stellen an denen es autos gibt mann nimmt das in die hand du lust bei mir immer noch gegen die wand empfangen 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 nach guck mal der erste hilfekasten empfangen ok ja ich glaube der server hier hat probleme oder wir haben probleme die wir haben ja nichts auf dem boden gelegt oder so nimmt er nicht auf empfangen wird erklären warum jetzt bist du weg ich ja jetzt läuft so woanders gegen die wand jetzt nur zwei leute sind vom server runter jetzt hast du aufgehört zu rennen und was irgendwie ganz komische verlenkungen die geht mit deinen füßen ich gucke mir das mal näher an ja bitte dann kann ich das schön rein schnipseln empfangen wenn ich auch die die waffe weg kann ich bestimmt wenn ich hier so ja irgendwie ist das server kaputt kannst du es trinken ach man was ist das denn hier jetzt bewegst du dich wieder jetzt darfst du gerade wieder zurück ins haus rein die eine dose ist weg gesteckt weil ich sie eingesteckt habe ja das nur das empfangen jetzt machst du wieder einen komischen bewegung jetzt jetzt machst du wieder das sind eine waffe ausgepackt ist denn los warum kann ich denn nichts machen ist ein alpha immer noch nach fünf jahren wieso ist die schulterstütze nicht an meinem gewehr so kann ich jetzt mal geht nicht ist nicht empfangen und hier brauche ich nicht öfter natürlich auch nicht weg aber nach einem anderen server suchen der hier ist ja beenden beenden ja so die metzgerbude äh spiel mir am glied mit kot jam 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 ähm den sehe ich auch gerade in max loot max vehicles spiele mir am liet mit kot am liet am glied am liet wollen wir darauf ja verbinden max loot hört sich immer schön an max schmerz max loot max vehicles bitte nicht zurücksetzen spawning in acht einzige regel es gibt keine regel sehr gut also wo wollen wir denn jetzt hin ähm ach so ich wollte ja mal gucken hier so da ist gorka und da ist die karte wieder zugegangen ja 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 mein handy ist halt alt auch ach gibt doch keine alten handy mehr i think i pissed in my pants server brought you by team abgehoben so was ist das denn da i sift my pants achso das ist nur wasser laut meiner karte gibt es hier an einer straße nicht weit weg von gorka einfach so zwei autos und sonst nix bei alter alter ready so now i need this wie inspect nimm das in die hand du wichser dankeschön doch nicht so ja doch wo bist du denn wo bin ich denn in der langen halle warum bist du da weiß ich nicht hier ist nochmal eine lange halle warum kann ich die tür nicht aufmachen kann ich die tür aufmachen ne da hier auch kein auto nö auch hier kein auto ich würde sagen wir laufen einfach mal zu den zwei autos in der pamper oder können wir gerne machen wenn wir uns nicht verlaufen höh bist du denn ich bin draußen ich stehe an einem auto ich gehe mal vorne zum eingang wo das war ach da bist du da bist du ja was ist das da was liegt da drin ach so ein bloodcast ein bloodcast tit heat heatpack oh was nehm ich mal mit dann kann man ja nix mit falsch machen kaputt geht's bestimmt nicht jawohl doch wenn du irgendwo runterfällst hatten wir ja schon oder mich jemand mit der shotgun beschießt wo bist du jetzt hin nirgends ich bin einfach stehen geblieben du bist an mir vorbeigelaufen hallo hallo wie ich wegrenne ach da bist du ich hab dich nicht gesehen so wir müssen rechts rum Richtung Polizeistation können wir nochmal in die Polizeistation rein gehen wir den rechts wegnehmen oder ja sicher ja sicher schockt jaja das ist sie sicher sicher alles für den Dackel alles für den Club unser Leben für den Hund das schlimme ist ich wohne jetzt in der Gegend wo man so spricht echtes was ist das denn achte ist die Stoßstange vom Auto nimm sie mit ich dachte schon boah guck mal es gibt Raketenwerfer das wärs ja ey so warte mal hier polizeihütchen was ist das da ein green check shirt was ist das da Stunbaton ne Stunbaton hallo öfff 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 ich geh mal einen Stockwerk hoch da sehne wird man da bin ich total blind oder hier gibt es nicht wirklich was oh das wurde schon weg gelootet das kann natürlich auch sein aber die Türen sind ja auch alle offen ja selbst in dem Räumchen hier wo es eigentlich immer was zu muten gibt ist nix was ist doch eigentlich so voll glück dass wenn du auf so einer riesigen Map so viel wer zum Beispiel beim letzten Mal ist der uns dann so oft mit anderen Leuten irgendwie begegnet sind ja schon das heißt das ist das ein Stunbaton ein sehr guter Stunbaton zu plafeln Stunbaton A plus oder was ja der ist in voll super Zustand quasi hier und neu frisch aus dem Päckchen Böckchen bist du oben? hier ist ja hier ist aber nix nützliches gehen wir noch mal nach oben ich geh wieder ganz nach unten ja ich bin da mein Gott ja Tito so I need a drink ja gut dann trink mal dann trink you bitch ja die Tür aufgemacht ja vielleicht anders so noch ein Heatpack nehm ich mal mit hier gibt's ne Garage wusste ich gerne ist ja aber nix drin schade gut wir müssen dann die Karte hast du auf wieder? ja wir müssen da die Straße runter und dann können wir entweder querfeld einlaufen auf die Gefahren dass wir uns verlaufen wir müssen ja eigentlich nur der Straße entlang und dann geradeaus ja bis wir wieder auf eine Straße treffen ja sollen wir das so machen ja dann machen wir das so bist du da vorne bist du okay bist du da vorne bist du okay bist du gesprungen? ich weiß nicht was es ja ich bist angehalten halt stopp hier ist ja noch ein kleiner shop halt stopp halt stopp jetzt spreche ich ach weißt du was ich witzig finde hm guck dir mal an wie dein Helm heißt Moment Gorka voll witzig wir sind hier in Gorka alles leer so ich bin wieder da wo bist du? ne Richtung aus Ausgang ach ich versteck mich in nem Busch ach da bist du verdammt haha ich hab das schon sehen ach ich geh nebenan guck mal da kommt's schon ganz dunkel da drüben ja könnte für Regen sprechen ne? haha nein ich will keinen Regen nein ich will keinen Regen ich will meine Suppe nicht essen meine Suppe ess ich doch der Suppenkasper der Suppenkasper kennst du das Buch der Struwelpeter kam das darin vor der Suppenkasper richtig da kann man noch Hansguck in die Luft drin vor und der Däumling glaube ich ja dann noch irgendwas mit dem Nikolaus glaube ich der dann irgendwie hinter den Sack gesteckt hat oder so ja ja weil sie äh ähm kein kein Gefühl für Rassismus hatten oder für ja irgendwie so was kein Gefühl für Rassismus ja äh ja falsch ausgedrückt ja da waren voll die Rassisten sag mal so rum ja und da war da noch eine das war glaube ich unten auf der letzten Seite da ist einer mit dem Regenschirm weggeflogen oder so ja das ist richtig weil er seinen Regenschirm nicht zugemacht hat ja und dann natürlich der Struwelpeter ja und ach Gott das Mädchen mit dem Feuerzeug also mit den Streichhölzern die die verbrannt ist ja das ist eigentlich voll das brutale Bruch ja ne da mussten wir überlegen was wir früher vorgelesen bekommen haben oder ja und dann was wie verfeichtlich die Jugend heute ist ne heute gucken sie sich nur so weiss nicht weiss nicht Dragonball oder sowas an ja gut den hat man ja auch dumm als gezuckt verweichlicht so ähm ich bin schon wieder ein bisschen weiter die Straße lang gelaufen was Wednesdays starten eh während dieser Zeit Ostern wird French Games da was wo wir aufhören hm aber es ist morgens glaub ich ach da hab ich besseres zu tun Arbeiten als Beispiel ORBELTEN ORBELTEN Mache Glotze auf Äh äh da ist diese zweite Straße die da in den Wald reingeht sehr schön Sieh Hüh hu 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 Dann hoffen wir doch mal dass wir ëhh Dings finden ne Go Autochini was machst du denn da? öh aha bau �